Jetzt Doping für ihr Windows mit WinOptimizer 15. Jeder weiß es, jeder kennt es. Der PC oder das Notebook wird mit der Zeit immer langsamer. Was hilft dagegen? Natürlich ein Tuning-Programm. Computerbild hat diesmal für Sie den WinOptimizer 15 in einer Vollversion. In den News der Super-GAU. Gefährliches Sicherheits-Lag in allen Prozessoren. Darum drosselt Apple ältere iPhones. Und Technik-Trends 2018. Wer wissen will, was 2018 die großen Technik-Trends sein werden, der muss zur CES nach Las Vegas. Sie müssen es nicht, denn Computerbild war für Sie da und berichtet über die großen Highlights. Top-Film auf der Heft-DVD ist die bittersüße Romanze 2 an einem Tag mit Anne Hathaway. Achtung, Taschentuch-Alarm. Im Ratgeber? So tickt sie richtig. 10 Tipps zur Apple Watch. Im Test galaktische Überflieger vom Einsteigermodell bis zum Premium-Gerät bietet Samsung für jedes Budget passende Modelle an. Computerbild macht den großen Vergleich. Verwandlungskünstler. Das Tablet Asus Transformer Mini kommt mit ansteckbarer Tastatur. Und sicher ist sicher. Der große Vergleichstest von Security-Suiten. Unser wohl wichtigster Test des Jahres, der von den Security-Suiten. Diesmal für Sie im Test. Acht Produkte, wieder mit erstaunlichen Ergebnissen. Im großen Spezial? Endlich wieder gut in Form. Das neue Jahr hat begonnen und natürlich wollen alle schöner und schlanker und gesünder werden. Computerbild hilft dabei mit coolen Technik-Gadgets. Diesmal für Sie im Spezial. Das alles und mehr im neuen Heft ab dem 20. Januar überall, wo es Zeitschriften gibt.